3 Sekunden sind vergangen, ich muss nochmal aufnehmen. Vor allen Dingen, ich habe jetzt gute Videos hiervon, 8, 9, 10 Stück. Und eigentlich habe ich erstmal gut vorgesorgt, weil es ist sogar Samstag. Und nur weil ich an diesem Samstagmorgen Zeit zum Aufnehmen gefunden habe, mache ich trotzdem weiter. Das zeigt, dass ich dieses Spiel spielen will. So, ich könnte auch so besiegen. Nein! Hätte mich das zerquetscht, das wäre auch lustig gewesen. So, wir wollten ein bisschen mehr Backtracking machen. Oh, halt! Ne, das geht nicht. Das geht auch nicht. Verdammt. Okay, gut. Hm. RIP. RIP. Seltsames Wesen. Ah, das war eine ganze... Oh, shit. Dann haben wir ja schon bald zwei. Achso, und jetzt sagt es mir das erst. Geh, geh. Ah, aber das hier war so schwer, weil man kaum zweimal vier auf einmal bekommt. Dann brauche ich ein bisschen Energie. Hier gab es keine Energie. Verdammt. Und da oben ist eine Lebenszelle. Ach, nö. Okay, halt. Oh. Gib mir doch mal... Achso, ich glaube, du hast mir sogar Erfahrung gegeben. Schaut euch mal den Kreis an, ey. Okay, dann gehen wir halt kurz zurück. Ja. Müssen wir halt zweimal laufen. Au. Das passiert schon mal. Okay, jetzt haben wir sogar ein Level Up. Dann können wir doch hier dran auch... ...den Baum öffnen. Unendliche Atmung unter Wasser. Gehen wir jetzt erst komplett diesen Weg? Ach, Mann. Aber man merkt schon, mein Damage ist schon gar nicht mehr so krass. Naja. Passiert halt. Ach, natürlich bist du wieder da. Oh. Ja, da hätte ich dich fast geprankt. Weil ich ein kleiner Prankstar bin. Ja, und nun? Und nun sterbe ich. Verdammt. Aber okay, ich habe diesen Moment schon mal gespeichert gehabt. Das heißt, wir haben kaum was verloren. Eigentlich nur unsere Würde. Oh shit, da war ich genau auf jeden Fall. Okay. Aber ich glaube, wir öffnen hiermit nur einen Shortcut, oder? Ah, ich weiß, wo wir sind. Juhu. Wir sind im Kreis gelaufen. Yay. Okay, und was wollten wir jetzt da drüben das sagen? Mondkotte 98%. Verdammt. Wo fehlt noch was? Och nö. Das ist hier dann schon wieder Hohlhain. Dann habe ich echt irgendwo minimal was in der Mondkotte verkackt und noch nicht gefunden. Da komme ich nicht rein. Es geht nicht da, könnte ich hin. Da oben ist so ein Portal. Ach, das war da drinnen. Und dann könnte ich noch da links hinschauen. Da oben weiß ich nicht, ob ich da schon hinkomme. Ja doch, da musste man, glaube ich, einen Pfeiler kaputt machen. Äh. Wo sind wir gerade? Ich bin gerade. Hä? Mondkotte. Hier irgendwo. Da. Okay. Was mache ich von hier aus jetzt? Easy. Easy. Okay, da geht es noch nicht hoch. Aber hier oben gab es da auch noch irgendwas. Hier, wo kommt das Ding denn her? Was ist denn das jetzt? Ey. Jetzt hören, wo ist der Pfeiler dafür? Au. Na toll. Okay. Ach stimmt, hier ging es ja noch etwas weiter, weiter. Oh, eine Energiezelle. Juhu. Dann füllen wir die auf und speichern. Na, komm. Kannst du in diesem... Fuck. Oh. Diesen Bereich hier habe ich nie geöffnet. Weil ich hier dran vorbeigesprungen bin. 79%. Da unten ist noch was. Ach, da unten ist die Mario-Röhre, ne? Ja, ja. 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 Toll, du hast mich hier wieder hochgeschlagen. Au. Was habt ihr denn auf einmal mit euren Balken? Ich komme hier nirgendwo lang. Ich glaube, die kann ich in einer späteren Fähigkeit erst kaputt machen, oder was? Was soll das? Ah, da sieht man sie schon. Da ist die Mario-Röhre. Na geil. Und jetzt? Hier gibt's weiter nix. Und dann hoch. Ach, was machen wir denn jetzt? Ach komm, wir gehen wieder da rein. Wir gucken, ob wir Narus Kindheit weiter ergründen können. Uhrzeit sagt auch, alles ist okay. Dann ist gut. Ist es hier drin heller geworden? Ja, ne? Da war ja was. Das war doch, weil wir Zeugs gefunden hatten. Ah, jetzt können wir ganzen Shortcuts benutzen. Okay. Spiel lag. Ah ja. Das, was ich vorher nicht so gut sehen konnte. Was ist hier oben? Ach so, unausgedeckte Map. Oder das kommt erst im nächsten Bereich. Ja doch, wahrscheinlich erst dann da oben. Da? Wie komme ich da hin? Ich hasse mein Leben. Ach, Mann. Ach, Mann. Was ist denn das? Was macht ihr denn da? Oh. Ich hab das Gefühl. Ja, ich senke die Teile auch immer leicht ab. So, los, komm. Da trümelt so ein Teil. Easy. Okay. Easy. Ich hab erst gedacht, das würde nicht funktionieren. Aber, hat's getan. Da geht's nicht weiter. Okay, und dann haben wir da schon alles. Gehen nur hier einmal im Zickzack runter und brechen dadurch die... durch den Boden. Au. Au. Hört auf, euch von der Decke fallen zu lassen. Ich hasse euch. Verlorener Hain. Oh, cool. Und wir haben noch 5 Minuten. Viel Spaß, Leute. Und die halten hier mehr aus. Geil. Ah, mein Lieblings-Friend. Ah, ich kann hier drauf speichern. Lol. Und daran kann man sich nicht festhalten. Fuck. Das ist also das, wenn man da rein könnte. Yo. Wie viel Leben haben die mir weggenommen? Okay, ich hab auch nur 6, aber wow. Ah, fuck. Mein Death-Counter steigt. Und das war... Ja. Danke. Danke, Welt. Was ist denn sein Problem? Ach, Mann. Ja, natürlich trifft mich das. Uh. Und hier? Ach, kann ich nicht auch irgendwann mal vom Boden aus nach oben? Dafür ist es dann wahr. Nein. Ach, nö. Warum wäre ich nicht einfach an die rechte Wand gegangen? Okay, wir gucken erst kurz links. Okay, das Spiel leckt. Hier kommt bestimmt gleich wieder irgendwas. Ah, du. Ah, du. Ah, dich kann ich auch schon umlenken. Und was genau muss ich hier erreichen? Und was genau muss ich hier erreichen? Denn großer Lehrerraum sieht nach Rätsel aus. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja, und die Zeit ist gleich rum. Ja, Leute, ne? Jetzt wird's cool, ne? Okay. Aber das war gar nicht mehr so schwer. Oh, yo. Hier sind die Vögel. Okay, gut. Die kommen normalerweise erst im Teil des Windes. Aber ich hab nix dagegen, wenn ihr hier schon seid. Macht ruhig. Okay, gut. Ach, Mann. Jetzt wird's hier so großflächig und alles. Ah. Aber, Leute. Ich geb euch einen kleinen Trost. Ich muss jetzt auch aufhören. Hopp, dann. Sind wieder alle Leute da? Sonst kann ich auch nicht mehr schön frei aufnehmen. Ey, yo. Nein. I'll stop. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, komm. Ja, was willst du denn? Oh, leu. Stoßt du dich halt an der Wand. Ah. Was ist hier? Oh. Licht und Dunkelheit. In Unschuld geboren. Naru steht für Dunkelheit. Und Ori für Licht. Und obwohl sie lichtlos war, wurde eine Freundschaft geschlossen. Ja, ist doch okay. Spricht doch nichts dagegen, wenn sie sich mögen. Doch die entstandene Bindung... Oh. Wurde schon bald getrennt. Ach, komm. Ach, was ist das denn? Oh. Okay, Leute. Würde ich sagen. Machen wir noch ganz kurz weiter. Und schauen uns mal den Ort hier an. Hier können wir runter. Nichts fallen. Nicht ins... Nichts fallen. Hä? Was ist denn da? Okay, nichts. Gut. Geklärt. Oh. Hulala. Wer bist du denn? Soel konnte unser Licht werfen. Selbst im Dunkeln konnte sie sehen. Sie lebt in diesem Hain. Doch jetzt ruht sie hier in Frieden. Ja, Frieden ist ja schon mal was Gutes. Was gibst du mir? Irgendwas Neues. Irgendwas Neues. Irgendwas Tolles. Komm. 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 Du hast den Lichtstrahl erhalten. Nutze diese Fähigkeit, indem du eher drückst oder hältst und somit einen Lichtstrahl wirfst. Das ist aber schwer zu treffen. Ah, Angry Birds. Cool. Nice. Und was können wir damit machen? Können wir da nicht ein Gegner raus? Okay. 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 Oh, du bleibst auch noch ein bisschen liegen. Und dann? Oh. Ah, das sind die Bälle, mit denen die gespielt haben. Oh, wie süß. Okay. Und was kann ich jetzt hier tun? Oh. Ich kann das benutzen. Genau. Ah, aber irgendwie nicht ganz hoch genug. Achso, was ist da? Halt, das verbraucht Energie. Oh nein, bitte nicht. Doch, tut's. Halt, ich hab ne Idee. Lol. Haha. Haha. Nice. Das ist ja mal cool. Und da ist ne Flamme, die wir entzünden können. Erstens, was bringt das? Zweitens, sterbe ich davon? Hm. Oder kann ich... Easy. Damit kann man auch Tore öffnen. Oh. Oh, Leute. Oh, Leute. Wir werden die nächsten Papas Spaß haben. Das ist aus. Ja. Huh. Hau. Hör auf. Böses Vogel. Ich hab gesagt, böses Vogel. Du sollst aufhören. Nein, nein. Wenn, dann schleudern mich doch wenigstens richtig hoch. Okay, healen. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Ach, ich muss da oben raten. Fuck you. Nein, nein. Huh. Habe ich übersteuert? Ich denke nicht. Oh, scheiß. Ich wollte speichern. Komm. Gut. Okay, halt. Gehen wir hier hoch. Machen dich noch weg. Dann schießen wir da rein. Dann machen wir da hinten halt. Achso. Voll gut. Geil. Spiel speichern. Gibt's hier gleich noch mehr Quests? Nein. Aber so eine Zelle. Ah, hier die Figur. Und da sieht's so aus, als wenn man hoch könnte. Nein. Okay. Dann können wir hier perfekt abspeichern. Unsere Energie wird sofort aber darunter leiden, wenn ich das immer benutzen möchte. Aber egal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.